Paula, ich glaube nicht, dass du eine gottbegnadete Künstlerin ersten Ranges wirst. Frauen können keine Malerinnen werden. Verraten Sie mir Ihren Namen? Paula. Oder so ein Bäcker. Ich kann es nicht erwarten, bis ich was kann. Wir müssen mindestens so gut sein wie die da. Besser. Was bilden Sie sich eigentlich ein, was Sie sind? Frauen werden nie etwas Schöpferisches hervorbringen. Außer Kinder. Wann darf ich Ihre Bilder sehen? Beim nächsten Mal. Und wann wird das sein? Bald. Sehen Sie das wirklich so? Ja. Jetzt musst du mich heiraten. Auch du lebst davon, dass Sie meine Bilder kaufen. Danke. Ich gehe. Bonjour, Paula. So will ich malen. Ganz einfach. Wann kommt sie wieder? Liebste Paula, du bist der leuchtende Mittelpunkt meiner Tage. Meine Seele liebt dich in dem ganzen Umfange des Wortes. Ihre Frau ist auf einer Reise in eine unbekannte Welt. Und wenn Sie wissen wollen, in welcher, dann schauen Sie sich Ihre letzten Bilder an. Wenn du mich wirklich lebst, Otto, dann gib mich frei. Ich hatte Angst um Ihr Leben, Heinrich. Sie konnte sich nie unterordnen. Kein Respekt. Noch ein Wort. Ja. Es gibt schreckliche Versuchungen und es erfordert Kraft, Ihnen nachzugeben. Mein Leben soll ein Fest sein. Ein kurzes, intensives Fest. Das ist ein Fest sein.